Das hier ist eine APC SOAK Ukulele, also eine Sopran Ukulele aus Eichenholz. Da ist eine massive Decke dran und auch ein massiver Dingsbums Boden. Und wir haben einen Hals aus Eichenholz. Ich halte das mal so ein bisschen rein, dass man das sieht. Das Griffbrett ist aus Akazie. Und das ist so matt lackiert, ganz schick eigentlich. Das Gerät kann ein bisschen was. Also das kann man auch jemanden an die Füße binden, zum einen See versenken. Eiche eben. Und es sind drauf Aquila Super Naigat-Seiten. Habe ich vergessen. Zwölf Bünde. Sechzehn insgesamt. Also zwölf bis zum Korpus. Sechzehn insgesamt. Dann kannst du normal ein Sopran Ukulele heben. noch. Musik 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 Ja, zo klinkt dat.